Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Seid ihr bereit? An die Grenzen gehen. Jetzt geht's um alles, komm! Bereit sein. Oh mein Gott. Für Neues. Oh, der Worte. Denn alles wird anders. The Biggest Loser, die neue Staffel. Ab 3. April um 17 Uhr in Sat.1. Lernen Sie jetzt schon die ersten Kandidaten kennen auf www.thebiggestloser.de